willkommen zur letzten folge in dieser mini session ich hoffe wir erreichen noch level 30 langsam geht mich auch das ist jetzt eine neue nix nix war der ähnlich der war doch eben nicht da oder Scheiße. Ich glaube, der ist runtergeflogen. Ich glaube, der ist runtergeflogen. Level 27, okay. Ich glaube, der ist runtergeflogen. 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 Oh, der ist runtergeflogen. Oh, der ist runtergeflogen. Oh, der ist runtergeflogen. Ich glaube, 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 der ist runtergeflogen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo wir das Schwert gelassen haben. Oh, Gold bauen lassen die auffallen. Stimmt. So. Na dann. Na dann gucken wir mal nach. Lalalalala. Hauptsache, hier spawnt nichts drin. Hier ist es nämlich doch ganz schön düster noch. Okay. Wupp. Äh, noch dreimal Lapis Lazuli. Dann gehen wir erstmal ins Bettchen. Dann gehen wir erstmal ins Bettchen. zu den Schafen. Klar, jetzt muss da natürlich ein Creeper stehen. Hey, warum nicht? Schade, dass die keine Angst vor Hühnern haben. So. Dann gehen wir erstmal. Zu den Schafen. Okay, das spawnt also doch was drin. Scheiße. Wenn uns hier morgen nicht mal ein Creeper erwischt. Hallo. 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 Es geht. Hey. Endlich hat das mal einen Zweck hier dazu. Ähm. Schade, dass die Dorfbewohner nicht mehr da sind. Ey. So viel verrottetes Fleisch was jetzt haben. Obwohl, der Priester müsste da sein. Und beim Priester müsste das gehen. Uiuiui. So. So. Mein Gott. Ich hoffe, jetzt wird das mal mit dem Zauber was. Verzauber mich. Spiel. Verzauber mich. Deck mich. Leeg mich. Ich hoffe bloß. Der bleibt da. Verdammt. Der bleibt da. Verdammt. So. Darf ich jetzt? Haltbarkeit 3. Mal. Ah. Natürlich. Für den U-Bahnbau zum Beispiel. Extrem geil. Scheiße. Na gut. Von Päuschen. Spitzwieder gemisch. Bis dann.